Wir haben schon sehr oft über Holdingstrukturen in der Schweiz gesprochen und ich habe dazu schon etliche Beiträge gemacht. Vor allem habe ich die Vorteile für dich als Schweizer Unternehmer aufgezeigt. Und da haben wir vor allem über eine grobe Grundstruktur gesprochen. Und ich möchte heute in diesem Beitrag mit dir darüber reden, was die Detailstruktur ist, die du idealerweise anstreben solltest. Und es ist so, dass Holdingstrukturen hier in der Schweiz sehr viele Vorteile mit sich bringen. Und ich werde auch später in diesem Video nochmal ganz kurz diese Vorteile repetieren. Holdingstrukturen haben aber auch gewisse Nachteile. Und wir werden jetzt deswegen schauen, wie du das strukturieren solltest, damit du diese Nachteile entsprechend ausgleichen kannst. Wichtig zu sagen ist, dass das hier eine Grobstrukturierung ist, die in vielen Fällen gibt es. Es ist aber extrem wichtig, dass man diese Holdingstruktur an deine Situation anpasst. Deswegen bitte setze das nicht einfach eins zu eins so um, sondern es kommt wirklich komplett auf deine Zielsetzung drauf an, auf deine Ausgangslage, was auch deine strategische Planung für die nächsten fünf Jahre ist. Aber auch was deine Vorsorgeplanung angeht, was deine Nachkommensplanung angeht. Und alle diese Aspekte müssen hiermit rein berücksichtigt werden. Das heißt, es ist gerade bei diesem Thema besonders wichtig, dass man individuell deine Situation anschaut. Jetzt steigen wir aber direkt mal ein. Es ist so, dass in anderen Beiträgen habe ich immer über diese Grundstruktur der Holdinggesellschaft geredet, wo wir eine operative Gesellschaft haben und darüber eine Holdinggesellschaft platzieren. Okay, das ist die Grundform und die ist so zum Starten sicherlich schon mal sehr sinnvoll, wenn man eben diese Strukturierung als erstes baut. In einigen Fällen ergibt es aber auch Sinn, von vornherein eine komplexere Struktur aufzubauen oder diese dann im Nachhinein aufzubauen. Ganz konkret ist das so, dass diese Grobform mit zwei Firmen alleine gewisse Nachteile mit sich bringt und deswegen ergibt das Sinn, wenn du drei bis vier Firmen gründest. Und ich werde dir genau jetzt aufzeigen, welche Firmen das idealerweise sein sollten und auch da, was die entsprechenden Vorteile sind, wenn du das genauso strukturierst. Als erstes ist klar, du brauchst eine operative Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die Umsatz macht, die Geld generiert, wo du Produkte und Dienstleistungen verkaufst, wo du Kunden glücklich machst. Sozusagen eine Cash-Cow, wo du Gelder generierst, um dein ganzes Firmenkonstrukt zu finanzieren. Ohne die macht das Ganze natürlich gar keinen Sinn. Ohne die brauchst du in der Regel auch gar keine Holdingstruktur, okay? Das heißt, das ist die Firma, die grundsätzlich Geld für dich produziert. Als zweites brauchst du logischerweise die Holdingfirma bzw. die Holdinggesellschaft, die über der operativen Gesellschaft platziert wird. In dieser Firma, in dieser Holdinggesellschaft solltest du idealerweise hauptsächlich Beteiligung halten. Also das heißt, Beteiligung an anderen Firmen. Das können deine eigenen Firmen sein oder das können auch Firmen von Drittpersonen sein. Du kannst dann Gewinne von deinen Beteiligungen ausschütten in die Holding. Der Vorteil ist, dass es praktisch steuerfrei passiert. Das heißt, du kannst das Geld transferieren in die Holding rein. Der Vergleich zu einer privaten Struktur wäre, bei einer privaten Struktur schüttest du das Geld von der operativen Firma in dein privates Vermögen aus. Und da entsteht natürlich Einkommenssteuer. Du hast auch eine Doppelbelastung in der operativen Firma und gleichzeitig auch im Einkommen. Das führt zu einer höheren Steuerprogression, dass die Prozentsätze dann deutlich in die Höhe schießen. Und das kannst du entsprechend vermeiden, indem du die Gelder aus den operativen Firmen bzw. aus den Beteiligungen in die Holdinggesellschaft praktisch steuerfrei transferierst. Das bedeutet, du kannst die finanziellen Mittel in der Holding bündeln und kannst dann von dort aus dieses Geld nutzen, um Darlehen zu vergeben, zum Beispiel auch an deine operativen Gesellschaften oder an die beteiligten Gesellschaften hier. Und dann kannst du auch einen sehr großen Schutz vor dem Konkurs einer operativen Firma erreichen, weil wenn du entsprechendes Geld verleihst an deine Firmen, dann kannst du das auch entsprechend zurückverlangen von der Holdinggesellschaft aus. Anders wäre das, wenn du Eigenkapital zur Verfügung stellst an deine verschiedenen Firmen. Das kannst du nicht einfach so rausbekommen und durch diese Holdingstruktur hast du auch Vorteile, wenn du Gelder zwischen den operativen Firmen hin und her schiebst, wenn du gewisse Verrechnungen machst, wenn du zum Beispiel gewisse Mitarbeiter in mehreren Firmen einsetzt oder wenn du Dienstleistungen zwischen den Firmen verrechnest oder wenn du andere Produkte auch verkaufst zwischen diesen Firmen und so weiter, dann hast du auch Riesenvorteile, wenn du das Ganze mit einer Holdinggesellschaft machst. Dadurch ist es auch viel einfacher, die operativen Firmen zu verkaufen an Investoren, weil Investoren sind grundsätzlich nicht interessiert daran, noch groß irgendwelche Immobilien zu kaufen oder irgendwelche Aktien, Wertschriften, Kryptowährungen und so weiter. Und diese wollen auch nicht noch andere Firmen kaufen, die in deiner operativen Firma drin sind. Das heißt, du hast dann die Beteiligung oben in der Holdinggesellschaft und das operative Geschäft unten in der Tochtergesellschaft. Die Holdinggesellschaft funktioniert dann auch als sogenanntes Rentenportemonnaie, so könnte man das nennen. Das bedeutet, in der Zeit, wo du noch erwerbstätig bist, kannst du natürlich über den Lohn deine Lebenskosten tragen und deinen Lifestyle finanzieren. Und wenn du dann nach und nach immer weniger Einkommen hast, weil du weniger arbeitest und irgendwann in Rente gehst, dann kannst du anfangen, über die Holdinggesellschaft langsam Geld an dich auszuschütten. Das ist sozusagen dein Portemonnaie für die Rente. Ein weiterer Vorteil dieser Holdinggesellschaft ist, dass du viel einfacher Geld von Banken bekommst, um weitere Beteiligungen zu finanzieren. Grundsätzlich ergibt das jetzt auch Sinn, dass du Renditeimmobilien nicht in deiner operativen Firma kaufst, sondern in deiner restlichen Holdingstruktur. Der Nachteil, wenn du jetzt die Immobilien direkt in der Holdinggesellschaft platzierst, könnte sein, dass wenn du irgendwann mal vorhast, deine Holdinggesellschaft an sich zu verkaufen, dass diese nicht mehr steuerfrei verkaufbar ist, okay? Weil normalerweise ist das so, die Holdinggesellschaft befindet sich ja bei dir im Privatbesitz und hier in der Schweiz ist das so, wenn du einen Vermögenswert im Privatvermögen hältst unter gewissen Bedingungen, dann ist der Verkauf entsprechend steuerfrei, beziehungsweise der Gewinn auf dem Verkauf ist entsprechend steuerfrei. Weil da gibt es natürlich auch gewisse Ausnahmen, die man unbedingt beachten muss. Aber jetzt ist das so, dass wenn du Immobilien innerhalb der Holdinggesellschaft platzierst, dass dieses nicht mehr steuerfrei veräußerbar ist. Also die Holdinggesellschaft kannst du nicht einfach so steuerfrei dann verkaufen, weil dann spricht man von einer sogenannten wirtschaftlichen Handänderung. Das will ich jetzt nicht im Detail erklären, aber da geht es einfach darum, dass wenn du Immobilien in der Holdinggesellschaft hast und diese Gesellschaft an sich verkauft wird, dass dann trotzdem hier eine Besteuerung der Immobilien erfolgt. Das heißt, da musst du unbedingt aufpassen. Und aus diesem Grunde ergibt das Sinn oder kann das Sinn ergeben, wenn du zusätzlich zur Holdinggesellschaft noch eine Immobiliengesellschaft gründest, die unter der Holdinggesellschaft platziert ist, zum Beispiel parallel zu der operativen Gesellschaft. Und da kannst du dann deine Immobilien platzieren und somit kannst du dann wieder von dem steuerfreien Kapitalgewinn profitieren, wenn du die Holding irgendwann mal verkaufen solltest. Du kannst dann immer noch die Immobiliengesellschaft mit der Holdinggesellschaft in Zukunft fusionieren. Der Nachteil ist, wenn du die Immobilien direkt in der Holding hast, die kannst du dann nicht einfach so steuerneutral in eine Immobiliengesellschaft platzieren. Deswegen ergibt das Sinn, das Ganze im Voraus schon so zu strukturieren. Dann bleibt jetzt nur noch die Frage, wo platzieren wir jetzt Aktien, Kryptowährungen oder andere Investments, die jetzt nicht selber Immobilien sind. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Zwei Hauptoptionen gibt es da. Einerseits kannst du diese Wertschriften und anderen Vermögenswerte über die Immobiliengesellschaft auch kaufen. Dann hast du sozusagen dort alle deine Investments gebündelt. In gewissen Situationen kann das ein Nachteil sein, insbesondere wenn du in gewisse Hochrisiko-Investments dein Geld tust, weil wenn es da Probleme gibt mit diesen Investments und diese an Wert sinken und plötzlich eine Überschuldungssituation der Immobilienfirma passiert, dann wären plötzlich deine Immobilien gefährdet. Und aus diesem Grunde kann das Sinn ergeben, hier eine vierte Gesellschaft zu gründen. Natürlich braucht man dafür auch entsprechende finanzielle Mittel. Und ich möchte heute wirklich sozusagen die ideale Struktur zeigen, wenn du die finanziellen Mittel hast, das Ganze so zu strukturieren. Dann gründest du eine vierte Gesellschaft und dort kannst du dann alle deine Aktien, Investments, Wertschriften, Investments und so weiter platzieren. Du hast jetzt gesehen, was die ideale Firmenstruktur ist, wenn du wirklich das beste Setup hier rausholen willst aus einer Holdingstruktur. Du hast die vier verschiedenen Firmen, das heißt einerseits die operative Gesellschaft, die Holdinggesellschaft, die Immobiliengesellschaft und die Investmentgesellschaft. Und natürlich kann es unter Umständen auch Sinn ergeben, mehrere Gesellschaften in einer von dieser Kategorien aufzubauen. Wenn du zum Beispiel auch mehrere Firmen hast, die entsprechend Umsatz schreiben, operative Geschäfte, dann ergibt es natürlich Sinn, auch da eventuell mehrere Firmen zu gründen. Aber das sind, sage ich jetzt mal, die vier Hauptkategorien. Und wenn du diese Struktur hast, kannst du eben auch entsprechende Nachteile von der Holdingstruktur ausgleichen und kannst so deinen Vermögensaufbau maximieren. Das ist auch eine Situation, wo du sehr viele Steuerfehler vermeiden kannst, weil gerade auch so Verrechnungen zwischen Firmen oder eben Verkauf von Firmen und so weiter, die können zu extremen Steuernachteilen führen, wenn du das Ganze einfach freihändig machst über Firmen, die direkt in deinem Privatvermögen sind oder wenn du eben mehrere Firmen parallel nebeneinander hast ohne Holdinggesellschaft. Das heißt, das bietet einen maximalen Vermögensschutz für dich und gleichzeitig hast du auch eine sehr hohe Flexibilität und kannst auch deine Umsätze maximieren, weil du die gesamte Firmenstruktur so aufgebaut hast, dass du wirklich ein ideales Setup hast. Also viel Erfolg und bis bald.